Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zur allerersten, ja kurzen Wochenübersicht hier und eigentlich sollte die schon gestern rauskommen, also Sonntag 17 Uhr hatte ich eigentlich geplant, bin jetzt ein bisschen, ja, nicht mehr in der Zeit geblieben. Ähm, falls ihr noch nicht auf den Blog geguckt habt, vom dritten dritten bis zum wahrscheinlich zehnten dritten, falls sich noch was ändert, gibt's auf jeden Fall auf dem Blog die Erinnerung so vorzusehen, also schaut mal so, na doch, wahrscheinlich wird so bleiben, also wahrscheinlich bis zum zehnten dritten kein LPT, wir hatten einfach am Wochenende keine Zeit irgendwas aufzunehmen, es war viel zu stressig, Geburtstag und so weiter und so fort. Ähm, ja, da haben wir leider keine Zeit gefunden, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, haben wir jetzt den Wochenplan auch noch ein bisschen überarbeitet, und zwar sieht's jetzt folgendermaßen aus, LPT, bis auf diese Woche natürlich, also ab dem zehnten dritten, das ist am Jahr gültig, kommt das LPT Minecraft montags, mittwochs, freitags, samstags, sonntags, jeweils um 18 Uhr, und das, ähm, Let's Retro Minecraft, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, das Let's Retro Minecraft kommt hier sofort auf jeden Fall, das LPT, wie gesagt, leider nicht. Ansonsten viel zu erzählen hab ich eigentlich gar nicht, danke, dass ihr, ja, euch die Scheiße anschaut, und, ähm, ja, irgendwelche Ankündigungen, kurzfristige Sachen oder sowas, könnt ihr mal auf dem Blog sehen, also schaut einfach mal zwischen euch vorbei, wird auf jeden Fall, kann auf jeden Fall nicht schaden, und, ähm, ja, also ab dem 11.3. geht's dann auch weiter mit dem LPT, dann, äh, sollten wir eigentlich Zeit finden, was aufnehmen zu können, und ab Sonntag 17 Uhr, jeden Sonntag um 17 Uhr, äh, ja, jetzt wiederhole ich mich, aber egal, also Sonntags 17 Uhr, ab dem nächsten Wochenende, immer eine, ja, Wochenübersicht, wie's aussieht, in der nächsten Wochenübersicht, werde ich euch dann sagen, ob das mit dem LPT dann klappt, dass es weitergeht, also, keine Sorge, es wird auf jeden Fall weitergehen, nach der Woche, wir hatten einfach nur keine Zeit, weil einfach viel zu viel Anlag am Wochenende. Ja, dann, äh, wünsche ich euch viel Spaß mit den ganzen Videos, äh, ja, die schon online sind, beziehungsweise die jetzt online kommen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, hoffentlich dann pünktlich, aber das sollte eigentlich klappen, am nächsten Sonntag, um, ja, 17 Uhr. Bis dahin, Dankeschön, und tschüss, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, oder irgendwas anderes, schreibt es einfach in die Kommentare. Tschüss.